Herzlich willkommen zum Einführungsvideo zum Thema Stoffwechsel und Diabetes. In diesem Video geht es darum, wie du dir dieses Thema am besten strukturierst, wie du dir einen Überblick verschaffst, zu welchen Themen du Zusammenfassungen machen kannst und wie du die dann wieder unterteilst mit Unterkategorien und aufteilst. Ja, steigen wir am besten gleich ein. Stoffwechsel und Diabetes, was gehört da alles dazu? Wie können wir uns da einen Überblick verschaffen? Erstmal das ganze Thema Stoffwechsel, da würde ich mir anschauen die Vitamine, da kann man unterteilen in die wasserlöslichen und fettlöslichen, dann die Mineralstoffe, da unterteilen wir auch wieder, das machen wir dann später, dass wir uns nochmal die feinen Kategorien anschauen und die Enzyme und Hormone, die in der Verdauung relevant sind. Außerdem, wie geht die Kohlenhydratverdauung, die Fettverdauung und die Eiweißverdauung vor sich, also die Arten der Verdauung. Bei den Krankheiten gibt es mehrere, die nicht so bedeutsam sind, also die Hypochymie und die Gicht, die ja sozusagen zusammengehören, kommen schon relativ häufig vor, aber ist gar nicht so viel zu lernen. Porphyrie ist dann wieder seltener, Scorbut, dann sind wir bei den Vitaminmangelerscheinungen und Fructosemalabsorption und dann was die Adipositas und das, was richtig wichtig ist, was wir uns genau anschauen müssen, was wir richtig auch gut lernen müssen, ist das ganze Thema Diabetes, dass wir da wirklich strukturiert und gut lernen, weil das ist häufig Prüfungsthema und da muss man wirklich viel dazu wissen, also das Thema Diabetes sehr prüfungsrelevant. Ja, das mal zum Überblick allgemein, jetzt schauen wir uns nochmal an, welche Unterkategorien bilden wir zu den einzelnen Themen beim Thema Stoffwechsel. Das machen wir so, dass wir die Vitamine in fettlöslich unterteilen, also mit EDK, so habe ich es mir zumindest gemerkt, EDK als Lernwort und die wasserlöslichen mit Vitamin B1, B2, B3 und C-Vitamin, also dass man da jeweils weiß, wofür ist das gut und wo in welchen Nahrungsmitteln ist das enthalten oder wie wird das hergestellt. Dann bei den Mineralstoffen können wir unterteilen in die Makro-Elemente und die Mikro-Elemente, also Spuren-Elemente und dann schauen wir uns die Enzyme und Hormone der Verdauung an und da würde ich jetzt unterteilen nach den jeweiligen Organen, wo die relevant sind. Also im Mund sind bestimmte Enzyme wirksam, im Magen, im Dünndarm, in Lebergalle und im Pankreas. So können wir das gut unterteilen und die Arten der Verdauung habe ich ja vorhin schon kurz gesagt, also die Kohlehydratverdauung, die Eiweißverdauung und die Fettverdauung, wie die jeweils für sich abläuft. Damit haben wir einen Überblick sozusagen über den ganzen Bereich Physiologie-Stoffwechsel und dann schauen wir uns jetzt nochmal an, wie wir das in den Details machen können. Also ein Beispiel für so eine genauere Zusammenfassung wäre ein Beispiel zu den Mineralstoffen. Wie kann ich mir die so unterteilen? Ich habe einerseits die Makro-Elemente, das heißt Natrium, Kalium, Kalzium, mit Säure-Basen-Haushalt, Alkalose, Acidose hängt ja alles damit zusammen und Magnesium sowie Phosphat und dann habe ich die Mikro-Elemente, die sind jetzt nicht ganz so bedeutend, wobei es schon gut ist, wenn du so ein bisschen einen Überblick hast, was die jeweils für eine Aufgabe haben, gerade im Kontext zum Beispiel von der Schilddrüse ist das Jod wichtig und so weiter, dass du dir das anschaust und bei diesen Mineralstoffen Natrium, Kalium kannst du dir jeweils auch noch Unterkategorien machen. Also zum Beispiel, was sind die Grundlagen? Wie ist der Normwert im Blut oder im Urin? Wie ist der Gegenspieler? Wie sind die Aufgaben? Was ist bei Überschuss? Was kommen da für Symptome oder für Probleme? Was ist bei Mangel von dem jeweiligen Mineralstoff? Also so und das machst du zu jedem dieser Mineralstoffe, also Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium und Phosphat und damit hast du dann eine wirklich gute Zusammenfassung über das ganze Thema Mineralstoffe für den Stoffwechsel. Ja und das letzte Thema, was natürlich besonders bedeutsam ist, ist die ganze Pathologie immer und da natürlich insbesondere der Diabetes und da würde ich mir jetzt auch einfach zwei kompakte Zusammenfassungen machen, eine zum Typ 1 und eine zum Typ 2 und dann gehst du wirklich systematisch alle Unterpunkte durch. Also die Ursachen und die Entstehung, die Pathophysiologie, das ist ja unterschiedlich beim 1er und beim 2er, wie das so zusammenhängt, also Insulin, kompletten Mangel oder Insulinresistenz. Dann die Symptomatik, was entstehen für Symptome daraus, welche Komplikationen und Gefahren ergeben sich daraus und wie wird therapeutisch gearbeitet. Und dann hast du eine Zusammenfassung zu diesem wichtigsten Thema aus dieser Kategorie, die wir heute lernen, weil Diabetes wird sehr genau gefragt, ist ja ein wichtiger Risikofaktor für viele weitere Störungen und Schwierigkeiten im Herz-Kreislauf-Bereich, sollten wir gut Bescheid wissen. Ja und damit haben wir für heute das Thema Stoffwechsel und Diabetes abgeschlossen. Im nächsten Schritt schauen wir uns dann genauer die Verdauung mit den zugehörigen Organen, ja, Darm, Lebergalle und Pankreas an und jetzt wünsche ich dir alles Gute beim Lernen, beim Vorbereiten aufs Webinar nächste Woche und ja, verschaff dir einen Überblick und lerne dich ein bisschen ein und wir sehen uns dann im Webinar. Viel Spaß beim Lernen. Ciao. Ciao. Vielen Dank.